Guten Tag, mein Name ist Martin Denz von der Firma Alpha Solar. Wir arbeiten mit der Beatbox zusammen bei den Session Days, die wir vom 18.07. bis zum 24.08. wo die Endveranstaltung im Außenbereich stattfindet, mit betreuen. Wir liefern hier eine Solaranlage an Limited Sun, 3 kW mit Speichersystem, wo wir sowohl die PA als auch die Backline komplett mit Strom versorgen. Das Paket selber ist in der Lage eben auch im Haushalt mit 4 kW für etwa 14.000 Euro für 16 Cent die Kilowattstunde 70% des Strombedarfs zu liefern. Und liefert damit eben auch wirklich eine tolle Alternative gegen die ganzen Strompreissteigerungen. Röhrenverstärker sind nicht gerade, weil ich dann die energiesparendsten Geräte, aber auch das lässt sich mit Solaranlage machen. Da freuen wir uns drauf. Danke. Röhrenverstärker Untertitelung des ZDF, 2020